Gott der Vater, erhebt euch nun und empfangt mein Siegel, das Siegel des lebendigen Gottes. Montag 20. Februar 2012, 12 Uhr und 20 Minuten. Meine geliebte Tochter, mein Herz windet sich vor Trauer über die Sünden meiner Kinder. Ihr böser Hass aufeinander reißt mein Herz entzwei so, wie das bei jedem liebevollen Vater sein würde. Es ist für mich, als ob ein Schwert mein Herz durchbohrt, das nicht mehr aus meinem Herzen weichen will. Ich bin Gott, der Allerhöchste, der aufgrund des freien Willens, den ich allen meinen Kindern gegeben habe, andauernden Schmerz wird ertragen müssen, so lange, bis sich das neue Paradies auf Erden gebildet hat. Dann werdet ihr, meine Kinder, euch zusammentun, im Einklang mit meinem heiligen Willen. So lange bis das geschieht, kann es auf Erden keinen Frieden geben. Nur dann, wenn der Teufel und diejenigen, die sklavisch den Lügen, die er verspricht, folgen, letztendlich vernichtet sein werden, kann die Welt zur Ruhe kommen. Meine Tochter, sage meinen Kindern, dass ich den Gedanken an eine Bestrafung meiner Kinder gar nicht gerne habe, denn ich liebe sie. Sie gehören zu mir und sind meine hochgeschätzte Schöpfung. Zu sehen, wie der Teufel ihre Seelen verdorben hat, ist eine ständige Qual für mich, ihren geliebten Vater. Ich habe das starke Bedürfnis, alle von euch liebevollen Kinder, die ihr über meine Liebe zu euch Bescheid wisst und sie begreift, in mein wunderschönes neues Paradies auf Erden mitzunehmen. Ich verspreche euch, dass die Verfolgung kurz sein wird und dass ihr geschützt werdet. Denn ich vermache euch jetzt das Siegel meiner Liebe und meines Schutzes. Mit diesem Siegel werdet ihr der Wahrnehmung jener entkommen, die schwere Lebensumstände in euren Ländern verursachen werden. Mein Siegel ist mein Versprechen der Rettung. Aufgrund dieses Siegels wird euch meine Kraft durchströmen und es wird euch kein Unheil widerfahren. Dieses Siegel ist ein Wunder, Kinder, und nur diejenigen, die sich vor mir, ihrem Herrn und dem Schöpfer aller Dinge, verneigen wie kleine Kinder und mit Liebe für mich in ihren Herzen können mit diesem göttlichen Geschenk gesegnet werden. Erhebt euch nun und empfangt mein Siegel, das Siegel des lebendigen Gottes. Betet dieses Kreuzzug Gebet, 33, um mein Siegel zu würdigen, und empfangt es mit Liebe, Freude und Dankbarkeit. O mein Gott, mein liebender Vater! Ich nehme dein göttliches Siegel des Schutzes mit Liebe und Dankbarkeit an. Dein göttliches Wesen umgibt meinen Leib und meine Seele bis in alle Ewigkeit. Ich verneige mich in demütiger Danksagung und biete dir meine tiefe Liebe und meine Treue zu dir, meinem geliebten Vater, da. Ich bitte dich, mich und meine Lieben mit diesem besonderen Siegel zu schützen, und ich gelobe dir, mein Leben jetzt und immer da in deinem Dienst zu leben. Ich liebe dich, lieber Vater. Ich tröste dich in diesen Zeiten, lieber Vater. Ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines innig geliebten Sohnes zur Sühne für die Sünden der Welt und für die Rettung all deiner Kinder. Amen. Geht jetzt hin, meine Kinder, und habt keine Furcht. Vertraut auf mich, euren geliebten Vater, der jeden von euch liebevoll erschuf. Ich kenne jede einzelne Seele, jeder Teil von euch ist mir genau bekannt. Keiner von euch wird von mir weniger geliebt als ein anderer. Aus diesem Grund möchte ich nicht eine Seele verlieren. Nicht eine einzige. Bitte fahrt damit fort, jeden Tag meinen Barmherzigkeitsrosenkranz zu beten. Eines Tages werdet ihr verstehen, warum diese Reinigung erforderlich ist. Euer liebender Vater im Himmel. Gott der Allerhöchste.